Der Kunde ist ja erst zufrieden, wenn er sein Produkt zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, zum vernünftigen Preis dann letztendlich auch bekommt von uns. Der Baustoffhandel befindet sich im digitalen Umbruch. Vor allem Traditionsbetriebe stehen unter dem Druck, diesem Wandel gerecht zu werden. Es geht darum, sich umzustrukturieren und digital zu modernisieren. Für den Erfolg dieser Umstrukturierung müssen Unternehmen einen 360-Grad-Überblick der eigenen Prozesskette haben. Grundlage dafür ist eine starke Systemlandschaft mit einem modernen und performanten ERP-System als Basis. Also wir haben mit der Firma Allgäuer in 2013, weiß ich noch ganz genau, haben wir hier gestartet, erstmal klassisch ein ERP-System einzuführen, das Zentona Logic. Da passiert natürlich auch die Finec und die Kostenrechnung, haben dann über die letzten Jahre letztendlich immer wieder neue Programme hinzugefügt und haben dann die Systeme Stück für Stück ausgebaut. Wir werden jetzt noch die Auslieferungs-App mit einführen. Um den heutigen Markt- und Kundenanforderungen gerecht zu werden, sind innovative und praxisnahe Lösungen gefragt. Die Verbindung von klassischem Handel und smartem E-Business ist der Schlüssel, um sich zukunftsfähig aufzustellen. Online-Shops mit ERP-Anbindung, Apps für mobiles Arbeiten, digitales Lagermanagement und Self-Services sind die Werkzeuge, die es Ihnen ermöglichen, Ihren Kunden immer das richtige Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort liefern zu können. Die Strategie von Leinweber liegt ganz klar im Omni-Channel-Bereich und da werden wir noch viele gute Konzepte, denke ich mal, auf den Markt bringen. Und da liegt das Vertrauen ganz klar bei unserem Partner Allgäuer. Am Markt und für die Praxis entwickelt. Das ist die neue Omni-Channel-Lösung von Allgäuer. Die E-Business-Plattform vereint Online-Shop und Website. Hier stehen Ihrem Kunden rund um die Uhr alle relevanten und aktuellen Produktinformationen zur Verfügung. Außerdem ist er hier in der Lage, von überall und zu jeder Zeit die benötigte Ware zu bestellen. Von der Baustelle auf die Baustelle. Und das von jedem Gerät. Was für uns als Unternehmen wichtig ist, ist natürlich auch ein gewisses Wachstum, was man natürlich auch mit einer Software wie mit der Firma Allgäuer dann auch umsetzen kann. Und unser Ziel ist es auch, mit dem Konzept Scan&Go natürlich weiterhin zu wachsen. Was heißt das neue Vertriebskonzept Scan&Go bei Leinweber? Dort habe ich die Möglichkeit, ganz normal Ware einzukaufen und über den Self-Checkout im Ausgangsbereich die Ware selbst abzuscannen. Und dann in Form von einmal Kreditkarte, EC-Karte oder, wenn der Kunde ein Leinweberkunde ist, auch einen Kauf auf Rechnung abzuschließen. Also was ich aus Überzeugung sagen kann, ich meine auch aus der Lehre der Vergangenheit. Ich bin schon über 20 Jahre in der Branche. Wir arbeiten jetzt mit Allgäuer neun Jahre zusammen. Und die Systeme, die wir eingeführt haben, die funktionieren definitiv alle in der Praxis. Das kann man hier natürlich jetzt derzeit ja auch live miterleben. Nutzen Sie die Vorteile der Digitalisierung. Einfach und gewinnbringend. Heute und in Zukunft. Zusammen erreichen wir das nächste Level für Ihren Geschäftserfolg. Sie haben noch Fragen? Sprechen Sie uns an!